Äh, nicht wieder dieser Morphium-süchtige Fisch. Ach, da ist doch glaube ich wieder nur so ein Schlüssel drin. Nein, geh weg! Ich bin nicht deine Mami! Ich will dir auch nichts kaufen! Ich bringe euch zu Captain Igloo. Da könnt ihr euch durchfüttern. Verpisst euch! Hab ich Lachs in der Hose? Oder warum seid ihr so anhänglich? Äh, grauenhaft! Sehe ich aus wie von Greenpeace? Sehe ich aus, als wollte ich euch retten? Ich will euch treten allerhöchstens. Wobei, Fischweid treten. Hm, klingt nach einer Sportart. Hm. Ich habe eine Idee. I have a dream. Und darin kommen keine laufenden, bösguckenden Kastanien vor. Bäh. Na komm her, du. Boing! Wupp, wupp. Ja, euch kann man ja auch immer so toll sehen in diesem schwarzen Hintergrund. Yes, hey! Was war das gerade für ein abgespacktes Zeug? Achso, da ist auch noch hochgegangen. Wahrscheinlich ist gerade gedacht, Highspeed-Bombe. Wupp, wupp. Meins? Äh. Boah, das ist für irgendwas nochmal gedacht, oder? Ach ja, hier. Flop! Yay! Nein! Nein! Ich renne meinem getreuen Reittier hinterher. Warum renne ich meinem getreuen Reittier hinterher? Ah, genau. Damit er nicht einsam ist, wenn er drauf geht. Hm. Ich bin ja doch tierlieb. Ja, wobei, kann man ja schon als Tier bezeichnen. Hm, mal überlegen. Es hat eine Händheizung. Es sieht aus wie ein Dino. Ach, naja. In jedem guten Porno würde er wohl als Tier durchgehen. Äh. Das habt ihr jetzt ehrlich gesagt nicht gehört, oder? Ähm. Hm? Aha. Danke. Oh. Oh. Hey. Na also, immerhin wieder auf demselben Stand wie gerade eben. Wupp, wupp. Wir machen null Fortschritt. Und darauf bin ich stolz. Richtig stolz. Meins. Boing. Flop. Weißt du was? Diesmal nicht. Ha. Mach deinen Scheiß doch alleine, Yashi. Weil sowieso nicht, wo das hier jedes Mal landet. Ich wurde von der Kilderkastanie aufgehalten. Natürlich. Erlebt man täglich. Ich konnte nicht über diesen Tümpelhops in der Kastanie war im Weg. Genau. Äh. Näh. Ich will doch nur den Pilz. Ich brauche den Stoff. Nö. Da war nix. Dann eben nicht. Flüpp. Flüpp-di-düpp. Ihr kriegt mich nicht. Nicht heute, auch nicht morgen. Dafür werdet ihr auch nicht sorgen. Ha. Mir ist doch noch was eingefallen zum Reimen. So. Ich schätze mal, hier war überall noch eine Münze drin. Na, wobei. Ja. Und Schmerzen. Jede Menge Schmerzen. Das ist essentiell wichtig. Ja, genau. Ein Chuck hätte es nicht getan. Man muss gleich noch einen draufsetzen. Und noch einen. Äh. Ich hasse dieses Level. Ich hasse den Wald. Ich hasse es, wenn Pilze stiften gehen. Ich hasse so viel. Ich hasse zum Beispiel fliegende Bomben in Seifenblasen. Warum auch immer sie in Seifenblasen stecken. Ich wüsste mal ganz gerne, wo der Kerl hockt, der die Viecher in die Seifenblasen packt. Nö. Nicht wirklich, oder? Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Ich habe mich gerade selber überrascht. Das war schlecht. Also richtig. Genauso wie das. Äh. Ja. Äh. Ähm. Ich sehe es, komm, ich darf die Level gleich nochmal machen. Alter. Was ist denn jetzt kaputt? So, ihr erstmal weg. Ich hätte dann ganz gerne mal meinen Pilz. Dankeschön. So, jetzt vorsichtig. Ich habe ehrlich gesagt kein Interesse daran, die ganzen Levels nochmal zu machen. Na? Ah, Münzen. Münzen, wer braucht die schon? Und? Chuck. Let's Chuck. Hm. Ach ja, Monkey Island. Ein gutes Spiel. Und jetzt noch De- und Verbundbarkeit ausnutzen. Ha. Ich hoffe, das nächste Level ist mit Speicherstand. Bitte, 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 bitte. Bei meinem Glück kommt jetzt wahrscheinlich eine Burg. Ich weiß es echt nicht mehr. Was kommt nu? Hä? Was nu dat für'n Bullshit? Hä? Muss ich da irgendwo einen Secret-Weg finden? Äh, Moment, Moment. War das jetzt in dem Wasserlevel so gedacht, dass ich den Secret-Schlüssel benutze? Da war doch irgendwas mit einem Secret-Schlüssel. Ach nö, Kinders, das dürft ihr mir jetzt nicht antun. Schauen wir mal, was der Schlüssel brachte, wenn ich die Box wieder finde. Ich gehe hier wahrscheinlich eh wieder flöten. Oder muss ich in der Höhle irgendwo einen Secret-Weg gehen? War da was? Weiß gar nicht mehr, ob der Wald optional war. Was erwartet ihr? Das ist Ewigkeit näher, dass ich es gezockt habe. Ich kenne den Weg echt nicht mehr. Wahrscheinlich verdrödel ich hier jetzt ein gesamtes Wornende mit optionalen Sachen, die mir einen Scheiß bringen, zum Weiterkommen. Und ihr schweigt mich an. Wetten, ihr lacht euch ins Fäustchen. Ihr denkt euch, haha, mach du mal. Ich hasse euch. Abgrundtief. Aus tiefstem, wie so ich sagen würde. Ja, ja. Hm. Ja, ist es mir gerade eingefallen, als er mich getroffen hat. Da war ja was. So, war hier nicht irgendwo noch diese... Yay! So, komm her, du Scheißpilz. Das ist wrong stuff. Genau. Nein, nein, nein. Du brauchst nicht aufwachen. Alles okay. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich mag euch nicht. Ich mag die echt nicht. Ups. Ich habe einmal zu viel drauf gedrückt. Scheiße. Ich hasse dieses Level so abgrundtief. Und darum spiele ich es ohne Respekt. Genau. Du sagst es. Das war so erbärmlich. Aber ich probiere es jetzt dann gleich nochmal so, dass ich mal erst im Unterwasser Level schnell den Schlüsselweg probiere. Ich denke mal, das müsste gehen. Ach, gib mir meinen Pilz. Ey! Was wird das jetzt für eine Aktion? Du solltest springen, du Arschloch. Ernsthaft, jetzt habe ich schon ein neues Gamepad. Die Kommandos reagieren auch relativ gut. Nur ab und zu hat er so seine Macken. Ne, das war jetzt gerade eigenverschulden. Das kommt davon, wenn ich nebenher nochmal ein Gamepad angucke. Warum habe ich nochmal gemeint, ich müsste Mario spielen? Ach ja, genau. Oggi war schuld. Danke, Oggi. Ich hoffe, du verriegst elendiglich in Dead Space. Ja, der hat Dead Space am Laufen. Weiß gar nicht. Hat er da jetzt in letzter Zeit wieder was hochgeladen? Ach, dank den scheiß YouTube-Bugs, die es momentan gibt, sieht man ja so selten, was neu hochgeladen wurde. Das kotzt mich teilweise richtig schön an. Ha! 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 Ich habe nicht mal erwartet, dass das klappt. Scheiße, ist das geil. Also wenn der Skill mal einsetzt, dann auch richtig. Okay, es war eigentlich nur pures Lack. Pures, unerhört gutes Lack. Mal gucken. Haha! Jawohl! Sogar mit einem kleinen Bonus davon gekommen. Ich bin groß. Ich bin kein Sui mehr. Oh, Entschuldigung. Kein Make, denn Make ist kleiner als Sui. Man soll es kaum glauben. Ich bin mir gerade mal überlegen. Ich glaube, im Geisthaus gab es da noch eine Abkürzung, die dann hierhin geführt hat. Aber die bringt mir ja nichts. Schauen wir mal. Also hier auf jeden Fall erstmal den Schlüsselweg ausprobieren. Vielleicht macht ihr uns den Weg frei. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Stuh alles ausprobieren und beten. Oh ja. Beten wird uns retten. Da 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 da. Und jetzt nicht vergessen, ich bin ein ganz großer Junge. Ich habe keine Angst vor Monstern unter meinem Bett. Oh, ein Bowser. Na. Dann eben nicht. Da 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 da. Genau. Da. Die neue Hymne von Super Mario. Da. Klingt irgendwie wie die komischen Hasen aus Rayman. Da. Genau, da ist was. Na komm, pfeifen wir auf das eine Leben. Das ist nur unnötiger Umweg. Ich kack doch sowieso ab. So, mal gucken, wo war jetzt eigentlich das Ding? Das Dingenbumsens, äh, nee. Das war weiter hinten, richtig. Ja, ja, behaupte mal Sachen. Du hast doch eh keine Ahnung. Richtig? Du weißt doch eh nix. Richtig? Du hast kein Skill. Richtig? Das macht ja gar keinen Spaß, wenn du uns recht gibst. Richtig? Lalalalala. So könnt ihr Heta niedermachen. Gebt ihnen recht. So. Ach, da war ein Pilz. Äh, ah. Hab ich meine Erinnerung doch nicht getrübt. Da war doch ein Schlüssel. So, unterwegs. Ah. Das war das Rätselslösung, also. Switch Palace. Aha. Okay. 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 Da, 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 da. Wupp, wupp. Victory. Ach, scheiß drauf. Sind ja nur Münzen. Dö, 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 dö. So, jetzt muss ich mal überlegen. Brauchte ich die, um irgendwo anders weiterzukommen? Hm. Hm. Also, ich sehe es kaum. Ich hocke jetzt hier am Wochenende in diesem Wald, der mir eigentlich nichts bringen wird. Hm. Boah. Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm. Habe ich irgendwo einen blauen Switch aktiv... Nee, äh, andersrum. Brauchte ich irgendwo blaue Blöcke, um weiterzukommen? Ich weiß es echt nicht mehr. Hm. Oh Gott. Ähm, äh. Kommen Sie nochmal zurück. Hm. Nee, im Prinzip hätten wir ja hierher müssen. Der Weg führt ja auch hierher lang. Das ist eben nur eine Abkürzung gewesen. Ob es hier noch was gab? Nee. Hier? Puh. Schwierig, schwierig. Hm. Gab es hier noch irgendwelche Blöcke? Oh Gott. Ähm, äh. Es ist gerade echt schwierig rauszufinden, wofür ich jetzt diesen Switch aktivieren musste. Ob das jetzt notwendig gewesen ist oder nicht? Hm. Machen wir mal den regulären Weg hier weiter. Ich gehe da mal. Ich gehe das ab.